Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Neltarions Flamme anzunehmen bei Serenar in der Drachenöde an dieser Position. Eingang zu dieser Hölle ist ungefähr hier. Die Vorquests waren das Ausmerzen der Verdammten und die Schändigung der Entweiher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Allerdings bin ich davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viotel Car Classic. In Viotel Car Classic könntet ihr versuchen jetzt mit Serenar zu quatschen und euch diese Verkleidung zu holen. In Viotel Car Classic gibt es anscheinend einen Bug oder es funktioniert bei dieser Quest nicht, denn man kommt sofort wieder hinaus. Ich kann mich jetzt hier leider, was heißt leider, zum Glück durchkämpfen. Wenn in Viotel Car Classic die Verkleidung nicht funktioniert, dann müsst ihr euch halt hier vorsichtig durchkämpfen. Da gibt es keinen anderen Weg, soweit ich weiß. Oder durchschleichen. Es könnte nicht gehen. So, nun halte ich mich hier links. Hier geradeaus. Rechts abbiegen. Es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Da lang wird es auch gegangen, logischerweise. Hier die Mobs töten. Und hier angekommen, müsst ihr das Quest Item benutzen, was ihr bekommen habt. Äh, Neltavions Flamme. Sollte es hier nicht angeheftet sein bei euch, könnt ihr es auch aus dem Inventar benutzen. Und dann müsst ihr diesen Mob töten, sobald er aktiv wird. Wie gesagt, ich bin weit über dem Level des Mobs. Mir macht er nichts aus. Ihr müsst halt Zauberwunder welchen, ausweichen. Ich schau mal, was er kann. Vielleicht kann ich euch da was zeigen. Bis jetzt haut er bloß mit seinem Stab zu. Schattenblitz kann man kicken. Wenn ich kicken würde, wäre er sofort tot. Mal schauen, was er noch kann. Ja, ich glaube, mehr kann er nicht. Falls doch, könnt ihr was gerne in die Kommentare posten. Eventuell hilft es den anderen Spielern. Und jetzt ist die Quest bereit zur Abgabe. Nun können wir ein bisschen abkürzen, indem wir diesen Weg hier entlang laufen. Falls ihr euch fragt, warum wir nicht diesen Weg hergelaufen sind. Ganz einfach, weil man hier nicht hochkommt. Und gleich bin ich da. Quest ist abzugeben, bei Serenab in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.